Eine weitere Baracke mit ein, ja, einer Kiste. Lass mich raten, wir müssen in die Richtung, wo der... Schön, sagt er. Nimmt aber nicht alles mit. Weil Inventar voll. Ähm. Wir müssen also in die Richtung, wo das Grubbeln war. Was mir ein bisschen Sorgen macht. Alter. Äh. Äh, nein, 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 nein. Junge, Junge. Alter. Du schieß' ich hin. Du Fettsack, Mann. Geh sterben. So. Toll. Und wir haben nix zum Heilen, ne? Was hat er? 25 Kalisto-Protokoll. Toll. Äh, Credits. Aber wir haben nix zum Heilen. Wir brauchen was zum Heilen. Das wär viel besser. Vier Schüsschen. Was liegt da? Oh. Haben wir das schon? Waren wir hier nicht schon gewesen? Boohi.de, was? Redwork. Okay. Hören wir uns mal an. Ähm. Hier. Ach, versammelt alle zum Impfen. Ja. Wer's glaubt, wird selig. Und wie die alle geimpft worden sind anscheinend. Ach, Ruftau-Bissier. Bathroom haben wir gewesen. Gott sei Dank haben wir den Kotzer, äh, mit der Bombe erledigt. Äh, Spiel. Ich hätte gerne ein wenig Medipack. Das wäre ganz toll. Alter. Äh, was? Wo? Hä, von wo kam das? Ach, hier. Uah, Alter, was? Äh. Oh Gott. Oh, oh, nein, äh, nein, nein. Okay. Hm. Ups. Der hat uns mal ganz lieb in den Arm genommen. Der wollte auch nicht allein sein. Äh. Ah, voll das Bein weggeschossen. Ah, ich glaub, du hast da was. Ah. Du hast da was. So, das heißt also, wir sind jetzt wieder hier. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder, oh nein. Äh, lass mir mal eben schnell nachschauen. Nein. Äh, ja, okay. Ich bleib mal bei der. Die kommen doch jetzt, ne? War das nicht so? Ja. Auwa. 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 So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Dann, wo ist er denn hier? Nach der, ach hier. Hätte sich entschieden, einfach mal am Kühlschrank zu liegen. Da fahren wir keine Money mehr, ne? Okay, das heißt, ich bleib mal hierbei. Ganz schön viel Schießerei aktuell, ne? Das nehme ich natürlich nochmal mit. Ich meine, wir haben es ja schon gehört. Okay, wir sollten auf jeden Fall sparsam damit umgehen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier reingehe, gleich, kommt irgendwo einer, ne? Das war doch so. Kannst du gerne mitnehmen? So, und hier ist auch einer, ne? Wo war der hier? Da oben! Öh! Ernsthaft? Alter! Bam! Bein weggeschossen! So, einen Moment bitte. Bin gleich bei dir da oben. Plumpst! Wie er da runtergeplumpst ist. Oh! Oh, oh! Oh! Ich glaube, ich störe die beiden mal nicht. Möchtet ihr ungestört sein? Oh, guck mal hier. Oh, für die Mädels. Guck mal. Hm. Ein Knackarsch. Oh. Hm. So. Und, so. Ah, Credits. Jawohl. So, ähm, nein. Ich wollte die Waffe wechseln. Ich wollte wieder auf die Flinte. So. Okay. Was ist denn mit der Tante? Die meldet sich gar nicht. Oh. So. Inventar voll. Finde dann nie. Ja, ich würde gerne einmal verkaufen. Baupläne werden hochgeladen. Sehr schön. Ähm. Das verkaufen wir. Und das verkaufen wir. Und wir haben 3, 4 auf Tash. Sehr schön. Was leveln wir denn mal? Der Handschuh. Äh, Medium Upgrade. Kost 900. Was könnten wir denn nochmal leveln? Die Explosivgeschosse kosten 2,7, ne? Bei der taktische Schrotflinte würde ich machen. Verbessert die Projektivität der Waffe so, dass sie kurz nach dem Aufprall explodieren. Füge ich dir allem im Explosionsradius Schaden hinzu. Natürlich auch sehr geil. Den Revolver haben wir eigentlich noch gar nicht gebaut. Ich würde das glaube ich mit dem, mit dem Explosiv hier mal machen. Komm, machen wir mal. Die unbefugte Verwendung dieses Drucks wird in ihrer Arbeitsakte verletzt. Ach so. Qualitätsprüfung bestätigt. Dann bin ich aber ruhig. Qualitätsprüfung abgeschlossen. Du brauchst eine Waffe. Profit erhalten. Wahrscheinlich level eine Waffe mal komplett oder so. Schätze ich mal. Okay, wir haben noch 760. Soll ich vielleicht den Revolver einfach mal bauen für 600? Basishalber? Magazingröße bei dem Sturmgewehr. Sturmgewehr kostet 1000. Stimmt, haben wir ja neu. Haben wir nicht. Die macht die Bombenkugeln. Das ist aber der normale Revolver, ne? Ja. Den könnte man auch leveln für 1,8. Ich spare da mal drauf. Vielleicht, ich glaube zwar nicht, dass noch ein... Äh, was? Altfeuer? Waffe mit alternativen Feuermodus aufgewertet wurde. Bietet eine höhere Feuerkraft. Wir brauchen jedoch mehr Munition. Drücke und halte L2, um die Zielvorrichtung zu verwenden. Und drücke R1, um den stärkeren alternativen Feuermodus der Waffe zu benutzen. Also R1, sagst du, ja? Okay. Hier geht's nach oben. Und hier hören wir uns erstmal die Sachen an. So, das ist jetzt der G-Quan-Park mit dem Minenarbeiterprotokoll 4. So, das ist er hier. Minenarbeiter hier. Bitte, es tut so weh! Bitte, es tut so weh! Okay. Ah, Leben. Geil. Mh. Ah, ein Schokoriegel. So, das heißt, mal gucken, was mit Danni ist. Nein, 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 nein. Du gehst wieder runter. Du gehst erst an den Kasten, junger Mann. Ich möchte erst wissen, was da drin ist. Ja, eine Lebensspritze. Die nehmen wir natürlich mit. Dadurch, dass wir jetzt was verkauft haben, haben wir auch wieder Platz gehabt. Also, von so an bis. Danni? Where are you, Danni? Ja, du kommst näher. Die Frage ist nur, wohin näher? So, will ich da runter? Ich muss ja wohl... Oh, hallo, Danni, ich komme. Was macht sie da? Sahne. Ich geh nicht. Ihr schminkt mich nicht. Ihr habt sie getötet. Hui. Nein. Bleib! Was ist passiert? Tut mir leid. Danni. Hey, Danni. Wack dich nicht an! Okay. Schon gut. Entschuldige. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Alle. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Arcus, Black Iron, Europa. Ähm. Entschuldigung. Oh nein. Der jetzt nicht. Ernsthaft? Na toll. Really? Ich lade nach. Ich lade nach. Lade nach. Nein. Lass mich. Nein, lass mich. Oh Gott. Ua. Hahaha. Hi, hap mua. Oh, wir sehen meine Äuglein. Na. Nein. Hab ich vorbeigeschossen. Ernsthaft? Oh nein. Willst du mich verarschen? Das glaub ich jetzt nicht. Ua. Hau ab, Mann. Lass mich. Mann, geh weg. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Oh Gott. Ich muss mich heilen. Warte. Ua. Nein. Nein. Mh. 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 Mit der Quante aufs Gesicht. Mh. Lecker. Ich glaub, du hast Fußpilz. Aber sowas von. Junge, du hast Fußpilz. Lade nach. Jetzt kommt der andere, ne? Das ist unfair. Lade nach. Äh, warte mal eben. Ich hab keine Mundi mehr. Oh fuck. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Na, tritt drauf, Mann. Hier, Inventar voll. Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht Inventar voll sein, Mann. Ich brauch Mundi. Äh, nein, 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 nein. Oh nein, ich wollt den gar nicht wecken. Oh fuck, Mann. Oh scheiße. Wo ist sie denn gewesen? Hilft sie gar nicht? Klar. Ich mach alles allein. Ist doch gar kein Problem. Alter, puh. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal um. Wenn da nochmal so ein fettes Vieh kommt. Vor allem zum zweiten Mal jetzt, ne? So, ich düse. Achso, ich muss erstmal. Er kann keine Kiste normal öffnen. Der muss immer erst drauf treten. So. Ich muss dran denken, dass da nochmal irgendwie was zum Explodieren ist, falls wir nochmal irgendwie kämpfen sollten. Da ist noch eine Kiste. Okay. Das heißt also, die haben natürlich alles hier... Also hier ist irgendwie ein Ausbruch gewesen. Das Übliche. Und die haben versucht, alles einzudämmen. Vor 75 Jahren. Überleg mal. So, klick, klack. Was? Ich kenne? Ich meine, ich kenne den Weg an die Oberfläche. Fehlt der Text bei dir? Äh, war alles in Ordnung? Ich wüsste nicht, dass man Erinnerungen so übertragen kann. Diese Implantate sind mit dem Gehirn verbunden. Es ist wie das Kopieren von Dateien. Die UJC zwang allen Minenarbeiter, eine frühere Bühne vorzutragen. Wie war das? Komisch. Ähm. Entschuldigung? Ich wollte sie wirklich verstehen. Achso. Weil... Ich sie war. Diese Dinge. Das waren die Minenarbeiter. Okay. Die entkommen sind. Erwaffen sind nicht schlecht, das stimmt. Äh, was? Au! Der Ton war gerade auch ein bisschen merkwürdig, ne? So mono. Es war so klar, dass wir getrennt werden. Ja! Ja! Der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kursie. Geh weiter, wir treffen uns auf! Auf der anderen Seite! Gefühlt 100 Kilometer wieder entfernt. Wie immer. Es war so klar. Können wir nicht einfach... Triff dich wieder mit Danny. Ach! Haben wir noch ein Date? Sach bloß. Oh Mann. Ich kann... Oh! Oh! Hallo? Gegenstand auswählen. Ja, Moment. Ich verkaufe. So, dann heißt also... Was wollten wir denn jetzt gemacht haben? Das kostete... Oh ja, die Boomkugeln für den Revolver, ne? Warte mal, die Pistole. Das ist doch... Ja, die Boomkugeln. Mehr Schaden. Ach, wir haben keine 1.8. Das ist ja super. Wir haben 1.7. Oder kaufen wir den Revolver. Es sind nur 100 Meter, aber 3 Kilometer, ja. Umweg. Gefühlt. Ich spare, glaube ich. Ich spare mir das Geld. Gucken wir mal. Vielleicht kommt ja nochmal so ein Ding. Midtown. Midtown Madness. Oh, so ein großartiges... Es war so klar. Ja, Fettsack. Die sieht aus. Bleibst du mal liegen? Was? Midtown Madness war so ein großartiges Spiel. Boah, ich habe da so Tage drin verbracht. Die andere Seite erreichen? Welche andere Seite? Was muss ich denn jetzt machen? Wo muss ich hin? Die Klinik suchen. Ja, natürlich. Ich muss erstmal wissen, wo ich hin muss. Nein, lass mich in Ruhe, du Doofmann. Blödsack. Lass mich in Ruhe. Wo muss ich hin? Fuck. Wo muss ich hin? Oh nein, hier ist eine Sackgasse. Oh nein, das ist nicht gut. Lade nach. Hu. Alter. Äh. Ja, ich nehme mal die hier. Ich heile mich mal. Hu. Ha. Bist du wieder die Leiter hoch? Oder wo müssen wir jetzt hin? Bestimmt, ne? Oder? Es war so klar. Natürlich müssen wir die Leiter hoch. Oh nein. Lade nach. Warte mal eben. Oh, ein bisschen Leben. Das ist ja schön. So. Wo müssen wir hin? Oh nein.